Bubu-Bär, endlich bin ich da. Und das ist meine Etage. Ssss! Ich hab doch nur... Ruhe-Etage, schweigen zu jeder Zeit. Das überlebe ich ohne Witz nicht. Ssss! Ja! Ah! Ssss! Ah! Komm schon, geh ran, geh ran. Lenni, du glaubst nicht... Halt! Wieso bist du noch nicht angezogen? Hat die Schule nicht schon vor Stunden begonnen? Naja, schon, aber ich konnte nicht gehen. Du hast nie gesagt, was ich anziehen soll. Wie wär's mit diesem Seidenkleid? OMG, ist das Kleid so schlimm? Nein, aber ich wohne in der Ruhe-Etage. Und alle hier hassen mich. Ssss! Ich geb mir ja Mühe, okay? Ein bisschen Ruhe und Frieden, wohlverdient und heißersehend. Check! Ich muss dir von dem Traum erzählen, den ich heute Nacht hatte. Äh, ich würde ihn gern hören, doch wie du siehst... Häng also in diesem Sarg ab. Und ganz plötzlich... Ruhe und Frieden? Check! Erneut! Izzy, wo bist du? Au! Da bist du ja! Oh, hey Lincoln! Das ist meine neue Eidechse Izzy! Willst du sie streicheln? Ruhe und Frieden! Check! Erneut! Gute Stage-Diving, Bro! Jetzt aber! Ruhe und Frieden! Check! Erneut! Oh, hey Lincoln! Was hat vier Räder und Fliegen? Die Müllabfuhr! Tja, Müllabbern ist leicht, aber das ist doch Schrott! Da hab ich was ins Rollen gebracht! Ehrlich, ist es denn zu viel verlangt, einen Jungen in Unterhose in Ruhe und Frieden seinen Comic lesen zu lassen? Tja, leider ist es bei zehn Schwestern wohl so gut wie unmöglich, etwas Ruhe zu finden. Es ist ihnen so gut wie unmöglich, etwas Ruhe zu finden? Ja! Moment! Ja! Dann brauchen Sie die Lärm-Hinn vor 2000 Ohrstöpsel mit zwölf herrlich beruhigenden Plämmen. Blenden Sie die lärmende Welt aus und genießen Sie etwas Zeit für sich. Rufen Sie jetzt an! Gekauft! Psst! Lieferung noch heute? Was kostet das? Hm. Ist gut, nehm ich. Ah, Lärm hinfort 2000. Hier ist das Geld. Und Lärm? Ich bin eine Puppe zur anderen. Oh, ich bin eine Puppe. Hinfort. Wiedersehen, ihr nervigen, lauten Schwestern. Hallo. Zeit für mich. Was immer du sagst, Schwesterherz. Coole Riffs. So ist es, Lana. Lärm hinfort, ihr seid der Wahnsinn. Warum denn nur für Comics? Lasst die ruhige Zeit beginnen. Witzig. Witzig. Echt witzig. Aber sicher doch, Linnielein. Aha. Verstehe. Aber sowas von. Danke für den ruhigen Tag, Jungs. Ihr seid meine neuen besten Freunde. Die Bibliothek? Wozu nur? Ja, wozu? Zeit für meine Knopfkamera. Hi. Können Sie mir sagen, wo die Krimi-Abteilung ist? Interessieren Sie sich für Krimis? Ja. Ja, ich interessiere mich sehr für Krimis. Verdächtig. Super verdächtig. Mehr als das. Ach, sie kauft sich ein Flippi. Pfirsich. Wollen Sie nicht doch lieber Kirschen? Ich hasse Kirschen. Sehr merkwürdig. Wer hasst denn schon Kirschen? Hey, schafft sofort dieses Ding aus Meldem. Bleibt ja weg. Wieso fühle ich mich denn auf einmal nackt? Er hat recht. Mom und Dad wollen uns loswerden. Unfassbar. Ich werde da jetzt untergehen und Ihnen mal meine Meinung geigen. Leute, schsch. Seid doch leise. Ich verliere mein Prinzessinnenbett. Erzähl du mir nicht, ich soll leise sein. Aber deshalb sind wir doch überhaupt in dieser Lage. Das Geschrei, das Gekämpfe, das Lautsein. Lincoln hat recht. Wir sollten wirklich still sein und uns vorbildlich benehmen. Wenn wir alle zusammenhalten, bringen wir Mom und Dad vielleicht davon ab, uns loszuwerden. Also, wer ist dabei? Wir alle! Wir alle! Sorry, Süße. Ich steig auf Akustik um. Tut mir leid, Mr. Kokonuts. Ohne mich bist du nur eine Hand. Hey, ich bring dir die Witze. Du bist nur... Hier hast du dein T-Shirt zurück. Danke. Hey, das ist mein Polly. Denkt an den Plan. Und dir steht er viel besser als mir. Unglaublich gut. Oh mein Gott, Luen. Geht es dir gut? Hilfe, Leute. Luen steckt hier fest. Ladies first. Nein, Zwillingsschwester. Nach dir, Süße. Zu freundlich, liebe Lola. Aber ich muss darauf bestehen, dass du zuerst gehst. Davon will ich nicht zählen. Und ich würde es mir niemals verzeihen, wenn ich vor dir ginge, Prinzessin. Also, bitte. Alter, vor Schönheit. Du bist zwei Minuten alter als ich. Oh, lieber Bruder, geh du doch zuerst. Danke. Liebes Bitte, überleg es dir noch mal. Leute, Mom und Dad streiten schon wieder. Okay, vielleicht war mein Urteil nicht ganz fair. Vergiss, dass ich sagte, alle müssen weg. Funktioniert. Wir haben es geschafft. Wir dürfen bleiben. Oh, Freude, Erleichterung. Apropos Erleichterung. Alle Mann raus hier. Rock'n'Roll, Baby. Ein unsichtbares Seil. Hier ist Clyde. Clyde, hier ist Laurie. Laurie, ich hab ein Riesenproblem und ich brauch deine Hilfe. Laurie, ich glaub, du hast dich verwählt. Hier ist Clyde, McBride. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du der Kopf der Klinkeln-McCloud-Operation bist. Deshalb ruf ich dich an und nicht linkeln. Ähm, Laurie, ich kann dich hören. Oh, sorry. Du bist sicher auch nützlich. Hör zu, hier ist ein Geist auf dem Campus und ich brauche eure Geisterjäger-Expertise, um ihn loszuwerden. Ein Geist? Wir warten schon ewig auf so einen Anruf. Das muss unter uns bleiben, sonst denkt jeder hier, ich dreh durch. Und aus dem Grund müsst ihr auch äußerst diskret vorgehen. Keine Sorge, Diskretion wird bei uns großgeschrieben. Ha! Schnappen wir uns diesen Geist. Los! Halt, ich hab auch einen. Der Geist wird von uns verspeist. Auf geht's! Lincoln, du hast dein Spielzeug vergessen. Das ist ein Gespensterfaser, Dad. Hey, da ist ja mein Mädchen. Okay, Dad, musst du nicht los? Okay, okay, macht's gut, viel Spaß. Da ist Lasagne in Lincolns Spielzeugtasche. Dad, das ist keine... Vielleicht ohne Witz meine Rettung. Ich bin so außer mir, mir fallen schon die Haare aus. Was du nicht sagst. Wir müssen diesen Geist ganz schnell und leise loswerden, sonst kann ich nicht richtig spielen. Sauber. Keine spektralen Aktivitäten. Sauber. Oh! Ein neuer Candy! Hahaha! Also, hier hab ich den Geist zuerst gesehen. Kleid, hier drüben ist was! Ah! Das ist noch ekliger, als ich dachte. Echt stark! Was ist das? Ektoplasmische Rückstände! Geisterglebber. Das wird später untersucht. Schnell weg hier. Ah! Und mit seinem Dackeltöter hat er dann doch tatsächlich ein Schnitzel rausgeschlagen. Weiter! Weg mit der Ausrüstung! Hier sind noch andere Leute. Hier hat mich der Geist mit einem Eistee angegriffen. Ich registriere nur Bonawax und... Oh, da ist jemand wo reingetreten. Die Spektralbeweise wurden eindeutig weggewischt. Wir müssen die Spritzerstruktur nachbilden, um die Art des Geistes einzugrenzen. Hat er vielleicht so gespritzt? Oder doch eher so? Weder noch. Er hat mich gar nicht damit begossen. Ah! Also dann doch vielleicht eher so? Ups! Tschuldigung! Wir wollten gerade gehen. Jungs, denkt dran. Das ist eine Bibliothek. Also seid ganz besonders leise. Verstanden. Jungs, was habe ich eben gesagt? Pssst! Ich bin's! Und hier hat mich der Geist mit Büchern beworfen. Ja, ganz genau so. Ich rette dich, Larry! Ah! Nicht auf mich schießen! Schieß auf den Geist! Ah! 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 Oh! 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 Da ist er! Jetzt haben wir dich, Geist! Fertig, zielen! Da! Er ist bei den Zockpüchern! Jetzt bei den Biografien! Er will zu den Liebesromanen! Nein, halt! Er kommt zurück! Das war echt der Hammer! Oh! Schnell, er entkommt! Ihm nach! Los! Hm? Äh, Entschuldigung! Äh, hier zum Auffischen! Hä? Ich muss los! Schätzchen, oh, du sollst doch nicht rausgehen! Leg dich sofort wieder ins Bett! Ich wollte euch nur verabschieden! Viel Spaß bei Tante Ruth wünsche ich euch! Echt schade, dass ich jetzt ihre Dia-Show mit den schönsten Malls im mittleren Westen verpasse! Hä? 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 Die Frage beantwortet! Ruh dich gut aus! Wir sehen uns heute Abend! Mach gut! Mach gut! Juhu! Ich bin frei! Ha, ha, ha! Huuuuh! Ah, netter Versuch! Aber eure vorwurfsvollen Blicke sind mir egal! Oh, ja! Ein friedlicher Tag ist in diesem Haus eine Seltenheit und ich werde ihn ohne Schuldgefühle genießen! Herzlich Willkommen zu Operation Nachtisch! Heute dreht sich bei uns alles um Waffeln! Oh, ja! Mein Lieblings-W-Wort! Das wird ein perfekter Tag! Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Beitrag! Schmiedert das Waffeleisen, solange es heiß ist! Ha, ha, ha! Ah, Waffel-Wortspiele, so gut, nicht wahr? Hä? 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 Und jetzt, liebe Zuschauer, verraten wir Ihnen die geheime Zutat für unser Himbeer-Waffel-Rezept! Hä? Die geheime Zutat! Ich habe die Himbeer-Waffel-Geheim-Zutat verpasst! Sind wahrscheinlich sowieso nur Himbeeren! Tut mir leid, nicht an meinem perfekten Tag! Hier draußen könnt ihr euch jagen, so viel ihr nur wollt! Ich bin mir leid, nicht an seiner Stelle! Ich bin mir leid, nicht an meiner Zutatlan Mutterkund! Ich bin mir leid, nicht an der Zutatlan, nicht an der Zutatlantern! Sigh! Ah, endlich herrscht mal Ruhe und Frieden. Hä? Hä? Ist, ist das ne Grille? Nicht heute! Da bist du! Sprühbutterattacke! Au! Direkt auf das Steißbein! Oh, jetzt zeig ich's! Ha! Au! 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 Ha! Ha! Hab dich! Und hier die Toilette einer Mall in Indianapolis. Die hatte eine Sensorspülung wie in den schicken Steak-Restaurants. Dad hat echt sowas von Glück. Schlihn! Du verpasst noch die Massagesessel in der Moll von Walnut Grove! Oh! Ha! Wo steckst du? Ha! Ha! Jetzt gibt's was auf die Fühler, du Monster! Ha! 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 Zeit für ein bisschen Rock'n'Roll! Gefällt dir das? Ha! Ha! Au! Wieder das Steißbein! Ha! Ha! Jetzt ist Schluss! Ha! Oh! Oh nein! Ah! 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 Hab ich nicht! Okay! Du ruhestörendes Insekt! Raus mit dir! Das scheint weit genug! Ruinier jemand anderem den Tag! Niemand trickst Lin laut aus, wenn es um seine Ruhe und um seinen Frieden geht! Ha! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Wo ist der Schlüssel? Nein! Verflixt! Sorry, ist meine Schwester! Hi Lenny! Was gibt's? Luanne hat in ihrem Zimmer ein Comedy Club eröffnet! Schon wieder? Oh, sorry! Okay, du tust folgendes! Wie nennt man ein Hut? Das mit Eiler! Dieser Laden ist hiermit geschlossen! Wir haben Über-Ka-Pa- Oh! Kapazität! Kapazität! Ist ja wohl legitim, wenn die Feuerwehr hier ist! Scoots! Wo ist der Scooter? Das ist mein Upgrade! Du hast mir echt geholfen! Bin ich jetzt fertig? Hey Lenny! Dürfen Clyde und ich die Ausweitung gucken? Ist das nicht der allergruseligste Film aller Zeiten? Was? Das ist eine Komödie! Also Lenny, dürfen wir? Lenny? Das nehm ich mal als Ja! Ja! Nach diesem missglückten Abschlag wurde eine Wiederholung gefordert und so entstand dann der Mulligan! Was soll das denn? Sorry! Lenny, ich bin grad in einer Vorlesung! Lori, bitte! Du schaffst das! Hä? Gut! Aber wenn hier jemand namens Bububär anruft, dann brauch ich es wieder! Ich weiß nicht, wie oft ich und deine Mutter es noch sagen müssen, aber wenn du mit dem Auto fährst, Lori, musst du dich voll und ganz konzentrieren! Das heißt, der Rest von euch muss still sein und sich benehmen! Wenn wir noch einen Kratzer finden, dann dürft ihr Vensilla nicht mehr benutzen, um zu euren Terminen zu kommen! Versprochen! Wow! Den hast du ja ganz schön eingeschenkt, Schatz! Danke! Also was die Erziehung der Kinder angeht, haben wir den Bogen wirklich raus! Wir sind Experten! Danke, Flip! Oh nein! Ich danke dir! Hey! Wer hat den Sender gewechselt? Ich will die Top 3 um 3 hören! Top 40! Ich will den Friedhof-Sender! Wir wollen den Friedhof-Sender hören! Ah! Ich sehe nur noch Schwarz! Au! Hilft mir doch jemand! Zwölf Verstauchungen, zwei kleine Brüche und eine Verrenkung! Doktor, ich habe keine Zeit für Fachsprache! Ich sitze auf einem Fass mit alten Flippys, die verkauft werden wollen! Sie brauchen mindestens eine Woche Bettruhe! Kann sich jemand um sie kümmern? Nein! Flip ist ein einsamer Wolf! Äh! 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 Salami-Pizza! Äh! Oh je! Das ist alles unsere Schuld! Wir sollten Flip pflegen! Aber wie, ohne dass Mom und Dad rausfinden, was wir gemacht haben? Ja! Dann dürfen wir nie wieder mit Wenzel erfahren! Wir könnten ihn verstecken! In der Leichenhalle sind Betten frei! Oder wir verstecken ihn auf unserem Dachboden! Das ist gar keine schlechte Idee! Da ist es ruhig und weit entfernt von Mom und Dad! Der Dachboden also! Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie dahin schaffen! Wir haben 37,23 Minuten, um Flip raufzubringen, bevor ein älter Teil von der Arbeit kommt! Ruf! Äh! 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 Pet! Alle runter! Los! Hey! Ich lenke ihn ab! Hi! Ich hätte da einen Wunschsong! Anschnallen und Ohren auf! Denn jetzt kommt ein ganz spezieller Wunschsong! Die neue 27 Minuten Single von Kuhglocken Sebastian! Oh, ja! Das ist mein Lieblingssong! Bam! 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 Ah! Hat ein bisschen geruckelt, Flip! Keine Sorge! Flip ist so hart wie Sandpapier! 14,4 Minuten! Es ist fast geschafft! Oh, meine Schuld! Oh, Mom! Hab ich dir schon von Carols neuer Frisur erzählt? Oh! Äh! Nein! Ich glaube noch nicht! Sie hat jetzt einen Pony! Ist das nicht mutig von ihr? Ich meine, ich hätte da eine absolut einsatzfähige Tür gesehen! Nein! So ist es wirklich viel einfacher! Okay, aber das Auf und Ab geht mir auf die Innereien! Ah! 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 Ich könnte was essen. Wow, wow, Sie sollten besser liegen bleiben. Wir bringen Ihnen was rauf. Zimmer Service? Hey, das klingt gar nicht mal so schlecht. Aber kein Brokkoli. Lincoln, ist das so viel Mascara? Sei ehrlich, es ist super, super, super wichtig. Ah, einverstanden, völlig. Womit einverstanden? Ist schon in Ordnung. Okay, du bist komisch. Also, Lincoln, bist du der größte Blödmann auf der Welt? Das kannst du laut sagen. Und würdest du gern mal einen Hundehaufen kosten? Aber klar doch. Er hat uns ausgeblendet den ganzen Tag? Kein Wunder, dass er mir nicht beim Gitarre stimmen geholfen hat. Und nicht bei meiner Seance war. Und darum hat er auch nicht über meine Witze gelacht. Ja, darum wohl. Ich reiß ihm seine Ohrstöpsel raus und dann werde ich... Oh nein. Ich hab eine bessere Idee. Also habt ihr alles, was ihr mich heute habt machen lassen, vorher abgesprochen? Ja. Ich glaub ja nicht, dass ihr mich so angeschmiert habt. Du hast es nicht anders verdient, kleiner Bruder. Du kannst uns nicht ignorieren. Wir sind deine Familie. Und denk immer dran. Du bist nicht der Einzige, der in so einem lauten Haus leben muss. Wir alle tun das. Das stimmt. Lincoln, du solltest mir doch bei meinem Laborexperiment helfen. Schon gut, Lisa. Du kannst damit aufhören. Ich weiß doch jetzt alles über euren kleinen Scherz. Was für'n Scherz. Hier werd ich drauf. Jetzt hör ich gar nichts mehr.